ARD Text im Auftrag des ZDF Anna, ich wollte diese Raupe fotografieren! Hättest ihr euch nachher fräsen können! ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF Hahahaha Das ist... ARD Text im Auftrag des ZDF 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 naja ich hoffe es hat dir geschmeckt ja ja es sieht mich jetzt an als hätte es absichtlich gemacht hast du das absichtlich gemacht oder was ja so kann es gehen oder man fährt da auf der straße entlang sucht irgendwelche raupen und tiere und dann kommt plötzlich ein greifvogel und frisst sie einem von der nase weg aber das ist das war jetzt zugegebenermaßen sehr viel cooler als die raupe selber muss ich gestehen wenn ihr es auch so cool gefunden hat wie ich dann schenkt diesem video einen daumen nach oben teilt es auf facebook wenn ihr möchtet und abonniert meinen kanal dann gibt es mehr solche videos danke fürs zu sehen bis zum nächsten mal wie